Was geht da Freunde? Herzlich Willkommen hier zu meiner Prognose zum fünften Spieltag der Fußball-Bundesliga. Lasst auf jeden Fall sehr gerne ein kostenloses Abo-Dollar mit Zukunft meine Tipps nicht zu verpassen. Aktiviert die kleine Glocke, dann kriegt ihr auch immer eine Benachrichtigung. Und schreibt mir sehr, sehr gerne, wenn ihr möchtet, eure Tipps in die Kommentare. Wie immer, keine Garantie für irgendwelche Wettscheine. Fangen wir an mit der Freitagspartie Borussia Dortmund gegen VfL Bochum. Dortmund am vergangenen Wochenende komplett unter die Räder gekommen gegen Stuttgart. Das war ein kompletter Klassenunterschied. Die Spieler haben keine Leistung aufs Feld gebracht, aber auch Lurie Schahin hat sich komplett vercoacht. Stuttgart eine überragende Leistung gebracht, was rede ich hier. Kommen wir auf jeden Fall später auch nochmal zu, wenn wir dann beim Stuttgart-Spiel sind. Bochum hingegen nur ein 2 zu 2 zu Hause gegen Kiel. Ich glaube, da hat man sich auch ein bisschen mehr erhofft. Es sah ja eigentlich die ganze Zeit relativ gut aus. Man hat geführt, man lag natürlich auch erst hinten, hat das Spiel gedreht. Man kriegt am Ende dieses doofe Gegentor. Man trifft nochmal den Pfosten in der Nachspielzeit. Und es kommt irgendwie so alles so ein bisschen zusammen. Kiel hat auch nicht schlecht gespielt. Ich denke, am Ende des Tages rund 2 zu 2, einfach wenn man auf die beiden Halbzeiten schaut, ist okay. Aber ich glaube nicht, dass Bochum hier bei Dortmund noch was holen kann. Ich erwarte eine Reaktion von den Dortmund-Spielern. Sollte diese nicht folgen, dann sollte man vielleicht sogar schon bald über den Trainer reden. Es hört sich zwar erstmal hart an, aber die Spieler, sie müssen eine Reaktion zeigen. Vor allem nach diesem 5 zu 1 gegen Stuttgart, zu Hause vor den eigenen Fans. Da sollte eine wesentliche Leistungssteigerung passieren. Sonst sollte man da auf jeden Fall vielleicht in den nächsten Spielen schon mal mehr darauf achten. Und dann sieht man dort vielleicht auch den Trainer lassen. Muss man leider so hart, wie es ist, drüber nachdenken. Aber ich erwarte, dass wir diese Reaktion von den Dortmund-Spielern sehen werden. Und dann einfach aufgrund dessen gehe ich hier mit einem 3 zu 1 für Dortmund. Kommen wir nun zur Samstagskonferenz. Ich möchte ganz kurz nochmal darüber reden, wie schlecht sieht diese Samstagskonferenz bitte aus. Also da ist ja wirklich keine Partie dabei, wo ich als neutraler Zuschauer sage, boah geil, das muss ich mir angucken. Die einzige Partie, wo ich vielleicht noch so ein bisschen mitgehe, ist Gladbach gegen Union. Aber der Rest, vielleicht noch Wolfsburg-Stuttgart, aber selbst die Partie interessiert mich einfach nicht wirklich. Aber das soll jetzt ja auch gar nicht das Thema sein. Ihr wollt meine Tipps hören. Leipzig empfängt zu Hause Augsburg. Leipzig tut sich unfassbar schwer. Vor allem in der Bundesliga gegen Union nur mit einem 0 zu 0. Jetzt gegen St. Pauli auch nur ein 0 zu 0. In der Champions League gegen Atletico Madrid gefühlt in der letzten Minute mit 2 zu 1 verloren. Das ist bis jetzt wirklich noch nicht gut. Man hat gegen Leverkusen gewonnen. Habe ich aber auch schon 15 Mal erzählt. Die erste Halbzeit war katastrophal. Die zweite war besser. Da kam man besser ins Spiel. Leverkusen hat sich auch ein bisschen eingeladen teilweise. Augsburg gegen Mainz war das nicht schlecht. Die haben unfassbar viel gedrückt. Sie wurden vom Schiedsrichter verarscht. Das sieht nicht schlecht aus. Gegen St. Pauli auch gewonnen. Allgemein. Einfach aufgrund dessen. Ich habe immer auf Leipzig gesetzt, dass Leipzig gewinnen wird. Ich werde wieder sagen, dass Leipzig gewinnt. Und hoffe, dass genau wieder das Gegenteil eintritt. Einfach diese Psychologie weiterführen. Ich sage, dass Leipzig hier mit 2 zu 0 gegen Augsburg gewinnt. Aber im Hinterkopf behalten. Vielleicht wieder ein Unentschieden. Weil wir wollen ja alle nicht, dass Leipzig irgendwas holt. Kommen wir nun zu Freiburg gegen St. Pauli. Freiburg ja mit einem unfassbar guten Saisonstart. Nach 4 Spielen, 9 Punkte auf dem Konto. Mit einem neuen Trainer hätte man das wahrscheinlich nicht so erwartet als Freiburg-Fan. St. Pauli jetzt mit dem ersten Punktgewinn haben sie sich reglich verdient. Vor allem auch die Spiele davor. Hätten sie schon den einen oder anderen Punkt mitnehmen müssen. Können, wie auch immer man das jetzt hier formulieren möchte. Freiburg, wirklich, muss man nicht viel zu sagen, spielen guten Fußball. Gegen Bochum in der ersten Halbzeit war das nicht so gut. Gegen Bayern, ja, das ist halt Bayern. Ich finde, das Spiel sollte man nicht immer in Betracht ziehen. Erster Spieltag gegen Stuttgart war super. Gegen Heidenheim mit 3 zu 0 gewonnen. Ich sage auch, dass sie hier dieses Spiel gegen St. Pauli gewinnen. Und zwar mit 2 zu 0. Kommen wir zur nächsten Partie. Und zwar VfL Wolfsburg gegen den VfB Stuttgart. Habe ich auch schon ganz kurz beim Freitagsspiel angeschnitten. Was für eine geile Leistung von Stuttgart. Und hätten die da nicht so ein bisschen am Anfang so den Wurm drin gehabt der Saison, dann müssten sie jetzt eigentlich mit 12 Punkten nach 4 spielen. Mit Bayern, Punkteteilung an der Spitze stehen. Und dann kommen wir nochmal zu Wolfsburg, die auch nicht schlecht spielen. Sie haben Bayern ein gutes Spiel geboten. Jetzt auch Leverkusen am Rande des Unentschiedens gehabt. Und haben dann da natürlich wieder den schwarzen Magiefluch von Leverkusen in die Fresse bekommen. Das war ein bisschen unglücklich. Aber auch wieder der Schiedsrichter hat da eine Scheiße zusammengefiffen. Da müssen wir gar nicht drüber reden. Aber ich glaube nicht, dass sie hier irgendwas gegen Stuttgart holen. Dafür ist mir die Spielanlage bei Stuttgart zu gut. Stuttgart wird das Ganze machen in Wolfsburg mit 3 zu 1. Dann kommen wir zur nächsten Partie. Mainz 05 gegen Heidenheim. Und ich muss sagen, Heidenheim wird mir ein bisschen zu gut gemacht. Ich selbst auch. Ich bin ein bisschen in diese Falle getappt. Und Heidenheim spielt nicht schlecht. Heidenheim hat eine gute fußballerische Anlage. Die passt in die Bundesliga. Die haben eine gewisse Qualität im Kader. Und sie werden dieses Jahr, denke ich, auch nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Aber sie werden mir ein bisschen zu gut gemacht, als sie sind. Beide Mannschaften fast mit einem identischen Saisonstart. Mainz mit 5 Punkten. Heidenheim mit 6. Und Mainz, die Spielanlage ist auch nicht schlecht. Gegen Bremen waren sie meines Erachtens auf jeden Fall, ja, wäre eine Punkteteilung verdient gewesen. Jetzt auch im letzten Spiel gegen Augsburg. Man nutzt seine Chancen. Man kann defensiv, man steht defensiv gut. Das sieht alles nicht schlecht aus. Und somit, denke ich, auch verdient hat man mittlerweile 5 Punkte. Heidenheim jetzt gegen Dortmund verloren. Das hat mir da gar nicht gefallen von Heidenheim. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge erwähnt. Und jetzt gegen Freiburg zu Hause mit 3 zu 0 verloren. Ich sage, hier gibt es eine Punkteteilung. 1 zu 1 zwischen den beiden Mannschaften. Und dann kommen wir zur womöglich besten Samstagskonferenzpartie Gladbach gegen Union Berlin. Dass Gladbach nach 4 Spielen nur 3 Punkte auf dem Konto hat, ist eigentlich ein Skandal. Die spielen guten Fußball. Da müssten eigentlich schon viel mehr Punkte stehen. Was man aber sagen muss, das Startprogramm von Gladbach ist auch unfassbar schwer. Mit Leverkusen, mit Stuttgart, mit Fragenfurt hat man wirklich 3 sehr, sehr undankbare Gegner. Man hat ja natürlich auch einen etwas einfacheren Verein mit VfL Bochum, was man dann natürlich auch gewonnen hat. Weil man wirklich nicht schlecht spielt. Und jetzt spielt man gegen Union und man hat auf jeden Fall ein bisschen Druck auf dem Kessel. Weil die Partie, da sind eigentlich 3 Punkte Pflicht. Vor allem nach den letzten Spielen. Man muss jetzt langsam anfangen, Punkte zu holen. Union hingegen hätte, glaube ich, kaum einer gedacht, dass sie nach 4 Spielen mit 8 Punkten auf dem 5. Tabellenplatz stehen. Haben wir auch mit 2 zu 1 gegen Hoffenheim gewonnen. Genauso wie ich auch prediktet habe. Ich bin mir hier sehr unsicher. Ich finde, Union steht defensiv sehr, sehr gut. Gladbach spielt auch sehr, sehr gut. Deswegen, ich finde hier eine Prognose unfassbar schwierig. Und das ist für mich ein 50-50-Game. Und wenn ich immer so ein 50-50-Game sehe, spüre, dann gehe ich immer mit einem Unentschieden. Einfach, weil ich keine Mannschaft hier wirklich bevorteilen möchte. Ich stelle mir eine kleine Tendenz in Richtung Gladbach vor, dass sie dieses Spiel für sich entscheiden können. Aber ich gehe hier mit einem 2 zu 2. Vielleicht Richtung Gladbach 3 zu 2. Aber 2 zu 2 ist mein Tipp. Und dann kommen wir zum Topspiel. Bayern München gegen Bayern Leverkusen. Ich habe so Bock auf die Partie. Vor allem als Bayern-Fan ist das ja natürlich nochmal was anderes. Aber ich glaube, selbst als neutraler Fan hat man einfach Bock auf die Partie und wird die sich reinziehen. Also das ist einfach so. Da treffen wirklich zwei Teams aufeinander, die einfach derzeit den besten Fußballgefühl auf der Welt spielen. Leverkusen über 400 Tage bis zum Leipzig-Spiel ungeschlagen gewesen. Diese schwarze Magie in den letzten Minuten, da muss auf jeden Fall unser eigener Zauber her. Bayern auch in den letzten Reichspartien 20 Tore. Und ich erwarte ein Offensivspektakel. Das wird, denke ich, kein 1 zu 0, 2 zu 1, 2 zu 2. Ich glaube, da werden richtig viele Tore fallen. Vor allem Leverkusen ist derzeit sehr, sehr defensiv anfällig. Sie haben jetzt schon nach vier Spieltagen ein Drittel ihrer Tore kassiert von der letzten Saison. Was auf jeden Fall schon mal eine Leistung ist, muss man sagen. Bayern defensiv auch noch nicht gut. Also muss man sich auch nichts vormachen. Gegen Bremen war das wirklich stark von Upamecano und Kim. Aber diese Leistung gilt es auch gegen Leverkusen zu zeigen. Und dann kann man auch langsam davon reden, dass Bayern defensiv gut steht. Ich erwarte hier wirklich viele Tore. Offensiv von Bayern, defensiv von Leverkusen ist das nicht gut. Deswegen, ich sage, Bayern wird viele Tore machen. Aber sie werden auch zwei kassieren. Und deswegen gehe ich hier mit einem 4 zu 2 für Bayern. Ich habe extrem Bock. Ich hoffe, dass wir das Spiel gewinnen werden. Kommen wir zu den Sonntagsspielen. Und irgendwie ist mir das Sonntag so ein bisschen verrutscht. Das sieht ein bisschen scheiße aus. Nächstes Mal ist es besser. Kiel empfängt zu Hause Eintracht Frankfurt. Und Kiel spielt keinen schlechten Fußball. Sie haben eine gute Spielanlage. Aber die Qualität im Kader fehlt so ein bisschen. Die wahrscheinlich nicht Bundesliga-tauglich ist. Frankfurt auch mit einem super Saisonstart. Hätte ich so nicht erwartet. Vor allem unter Dino Torpmüller war ich immer noch nicht überzeugt. Aber mittlerweile hat es mich. Nach vier Spieltagen, neun Punkte, spielen keinen schlechten Fußball. Sie holen ihre Siege. Einfach von der individuellen Klasse, von der Form her, wird Frankfurt dieses Spiel gewinnen gegen Kiel mit 3 zu 1. Und dann kommen wir zum letzten Spiel am fünften Spieltag. Teske Hoffenheim gegen Werder Bremen. Werder Bremen mit einem Komplettausfall gegen Bayern München. Sollte man nicht zu hoch hängen. Davor die Spiele waren wirklich gut. Da hat man einiges gesehen, worauf man sich freuen kann. Über Hoffenheim muss man, denke ich, nicht viel sagen. Das ist nicht gut. Im DFB-Pokal knapp gegen die Würzburger Kickers weitergekommen. Mit sehr, sehr viel Glück. Am ersten Spieltag die einzigen drei Punkte bis jetzt geholt gegen Kiel. Wobei Kiel dort auch durchaus einen Punkt hätte mitnehmen können. Und danach die Spiele alle verloren. Und ich sage, sie verlieren auch dieses Spiel mit 2 zu 1. Ich bin gespannt, wie sie sich unter der Woche in der Europa League verkaufen. Das kann ich hier jetzt noch nicht mit einbeziehen, weil das Spiel erst morgen stattfindet, wenn ihr dieses Video seht. Aber ich sage 2 zu 1 für Bremen. Die werden wieder zurück in die Erfolgsspur finden.